Wir kommen jetzt zur mechanischen Fertigung unserer Maschinenkomponenten. Mit unserem neuesten hochmodernen Fräs-, Dreh- und Tieflochbohrzentrum sind wir in der Lage, hochautomatisiert alle Komponenten unserer Spritzanheit mit allen notwendigen Bearbeitungsschritten in nur einem Arbeitsprozess herzustellen. Gegenüberliegend befinden sich weitere Fräszentren und unser an das ERP angebundene Werkzeugmanagementsystem. Unser Fertigungswerk in der Slowakei beliefert uns zusätzlich mit weiteren Einzelkomponenten und kompletten Baugruppen im Bereich Formenbau und Fertigung. Diese weitere Fräsmaschine mit einer Bearbeitungsfläche von 3600 mm x 1100 mm dient zur Fertigung von größeren Spritzgießwerkzeugen, wie zum Beispiel Formen für Hochspannungsisolatoren oder größeren Kalkanälen, wie zum Beispiel für unsere 1000 t Spritzgießmaschine.